und noch verkauft haben sehr weit er hätte jetzt eigentlich da auf den nächsten pilz kommen müssen wieder aussetzen nachher nachher ich will einfach nicht mein kopf sehen ich will einfach nicht mein kopf sehen geiler mensch bin egal da musst du nachregeln ich nicht nur ich kriege das so nicht was mit der musik gar nicht noch eine pflanze als ob du nicht noch genug hätte schon also kannst du auch manchmal fächern dass da wirklich gar keiner vorbei geht runden lang und aber ich lauf das schon rein aber ich lauf gerne in deine pflanzen rein ja ich guck mal was ich steuern muss mit b gibst du da auch so in A springst du ja ich hab ja vier ek und x dafür ja ready go ready go also alle gierigen kriegen das hier auch noch ja du wohnst schneller mit einem schnell gedrückt habe ich aber auch im schnell klicken mich einzeln ist immer schon die sache Vor allem, ich habe mir einen Daumen schnell gedrückt. Ne, das mache ich gar nicht. Ich mache das mit dem Zeigefinger. Ja, ich auch. Aber ich habe mir einen Daumen schnell gedrückt überlegt. Das war so schnell ich war. Ja, und ich habe es mit dem Zeigefinger. Mit dem Daumen kann ich noch schneller. Zeigefinger? Dann mache ich so... Ja. Aber richtig schnell. Peach möchte gerne ihre Münze abgeben. Das ist dann auch nicht so was angewöhnt sein, ne? Ja. Äh, der wollte keinen Kuh-Kuh vergeben. Ja, die sind ja Münze. Ja, Frechheit. 1, 2, 3... Ne, 4 muss ich für dich würfeln. Mach ich doch gerne. Oh, das tut mir wohl halt. Ich mach mir net zum Maul. Aber das macht ja nichts. Das ist mies. So nah hintereinander. Was ist jetzt hier noch ein? Warum mies? Du hast auch schon zwei. Nein, ich mach so nah hintereinander. Das meines. Das ist immer typisch. Ja, meinst du jetzt von deinen oder von meinen? Das ist dein meine. So, ist doch mies. Na? Haha. Haha. Ich komm wieder pro Kurze vor. Haha. 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 Ich weiß, dass er wieder direkt auf mich zieht. Ich weiß gar nicht, wer am meisten Münzen hatte. Oder so nicht. Hätte der damals Münzen gehabt. Dann werde ich nicht auf dich zielen. Start! Alter Schwede. Du bist hässlich. Haha. Du bist hässlich. Ja. Deswegen hab ich ja so ne riesen Kurve gezogen. Du Idiot. Ja du. Das Schlimme ist, du musst diese Kurve schleudern. Die ist total beschissen. Du lenkst dann nach rechts. Dann bleibt ja auch in diesem Moment. Und dann musst du wieder direkt nach links machen. Ja. Bis er den Drall umgedreht hat. Das dauert im Moment. Du wieder drei Wochen rum. Nein du bist ja eh. Naja das sind auch schon wieder ungefähr 10 Minuten gewesen. Ja. Und eine Stunde drei haben wir schon wieder. Also von Anfang an jetzt. Mhm. Na darfst du nochmal rein drin machen? Ja, wein not. Hm. Schade. Man freut sich denn das ja schon. Ich freut sich denn das ja schon. Ich freut sich denn das ja schon. Ja wär doch schön. Dein Kopf. Ich wär noch gar nicht drin. Ich würd gern mal reingehen. Du willst du mal? Ja das dauert immer noch. Nein nein. Ich hab ja gelb. Ja ja. War mir aber auch schon irgendwie geklebt. Boah ich krieg trotzdem keinen Stern. Oh. Oh. Wenigst Münzen. Verdammte Kacke. Warum das denn? Halt's Maul. Asche. Na nun. Aber das ist viel gemeiner als das mit dem Geist zu machen. Was? Das mit den Blumen hier. Ja. Du kannst viel öfters hier klauen. Ja ist ja nur bewegen und springen. Ja ja. Ist es auch. Ich glaub jetzt einfach stehen. Was du so so nicht machst. Blatt noch stehen. Was du so so nicht machst. Ohohohohohoho. Na. Ich muss einfach stehen. Hallo bin ich irgendwie ein Sprungbrett für euch hier oder so? Wer du? Alles springt auf meinen Kopf oben. Nein 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 nein. du kannst ja schön unten gehen schlimm ist sie müssen mich immer nämlich normal hinsetzen krach machen ein unterschied unterschied ein unterschied will ich mal du bist da alle vier war das bild ist hässlich das ist ein mensch was hier vorne nicht so ding wieder hingesetzt ist das ein feld dahinter oder das erste das zweite es ist komisch dass es nicht richtig angezeigt hallo wie auch nicht schon wieder mein arm davon da hatte ich schon wieder mit donkey kong ist jetzt in zwei fetter auf dem ding aber eigentlich ist das klicke seid eigentlich ganz gut wenn du mit computer machst hast du jemanden bremden 3 ihr seid viel schneller als hier ich kann meinen armen wie ich kann das gar nicht klar es kann immer wieder und immer wieder neuen rekord aufstellen